Unter dieser Krankheit leiden Stars wie Axel 95, Kevin James oder Melissa McCarthy. Diese Krankheit kann ernste Folgen haben, z.B. auch für die psychische Gesundheit. Aber auch chronische Folgen für die körperliche Gesundheit, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, können dadurch entstehen. Das Trügerische ist, dass man als Betroffener häufig gar nicht das Gefühl hat, krank zu sein. Die Behandlung setzt hier übrigens an den statistisch häufigsten Ursachen an, nämlich Ernährung, Bewegung und Verhaltenstherapie. Obwohl die Therapie in der Theorie gar nicht so schwierig ist, ist sie in der Praxis für die Patienten häufig sehr schwierig umzusetzen. Leider können wir Ärzte vielen Patienten gar nicht gut helfen, da wir diese Fähigkeiten, die man braucht, um die Krankheit zu heilen, nicht im Studium lernen. Faktoren, die bei der Entstehung, Therapie, Heilung von dieser Krankheit eine Rolle spielen, sind Stress, bestimmte Medikamente, psychische Umstände, genetische Veranlagung, aber auch das eigene Verhalten und auch andere Erkrankungen können eine große Rolle spielen. Weißt du, worüber wir sprechen?